Was ist ein ganz wesentlicher Punkt bei uns? Ein ganz wesentlicher Punkt bei uns steht schon in den ersten Zeilen drinnen, dass es ein Netzwerk ist. Und Netzwerk bedeutet, dass wir Kollegen sind, dass wir Freunde sind, aber nicht nur unsere Kollegen müssen so denken, sondern auch unsere Kunden wollen wir auch zu Freunden machen. Das geht aber natürlich auch nur dann, wenn wir unseren Kunden überregional betreuen können. Es erbt jemand was in einer anderen Ecke, der möchte zu seinem Makler des Vertrauens gehen und nicht irgendwo hin, wo er keinen kennt. Das Netzwerk ist ganz, ganz wichtig, der Austausch unter den Kolleginnen und Kollegen. Es kann jeder im RE-MAX-Netzwerk auf ein großes Portfolio an Immobilien zurückgreifen und das ermöglicht natürlich ein entsprechend besseres Kundenerlebnis. Der Erfahrungsaustausch innerhalb des RE-MAX-Netzwerkes ist einer der Säulen unseres Konzeptes. Also sich hier mit über 600, 700 Kollegen in ganz Österreich über das Geschäft auszutauschen, über den Immobilienmarkt auszutauschen, sich auszutauschen, wie kann man das Geschäft besser machen, wie kann man die Kundenzufriedenheit weiter erhöhen, ist ein ganz essentieller Part für die Makler und für die Kollegen im Netzwerk. Rund ein Drittel unserer Geschäfte sind Gemeinschaftsgeschäfte, wo zwei Kollegen zum Wohl des Kunden kooperieren. Und das bedeutet natürlich auch für den Kunden, dass er eine maximale Auswahl hat und österreichweit hier durch die Vernetzung viele, viele Objekte nutzen kann und immer einen Ansprechpartner hat und somit auch die Vertrauensebene bestens gegeben ist. Und ein Netzwerk ist für mich eine große Plattform, wo ich in einen Synergieeffekt Sog geraten kann, um zu nehmen und zu geben. Und das geht natürlich nicht nur über die Bezirks- oder Bundesländergrenzen, das geht über die Landesgrenzen und geht auch über den großen Teich oder sonst wohin. Jeder Remix-Makler kann die Objekte, die ein anderer Remix-Makler gelistet hat, also wo er einen Abgeberauftrag hat, verkaufen, vermieten. Und damit hat jeder Konsument das maximale Sortiment vor sich, der jetzt kaufen oder mieten möchte. Und jeder Abgeber natürlich eine wesentlich höhere Chance, sein Objekt rasch und zum bestmöglichen Preis verkauft oder vermietet zu bekommen. Ca. 130.000 Kollegen weltweit stehen uns als Geschäftspartner zur Verfügung, was letzten Endes auch dem Kunden hilft, in fast jeder Ecke der Welt zu uns zu kommen und uns zu beauftragen, seine Immobilie zu suchen oder zu verkaufen. Als Immobilienexperte ist man dann besonders gut, wenn man die Region kennt und die Menschen kennt. Und das ist natürlich auch wieder ein Netzwerk plus, dass der Kollege, der den Kunden betreut, nicht zwingend die Region kennen muss, weil er natürlich immer einen Kollegen vor Ort hat im größten Maklernetzwerk, der dieses lokale Wissen hat. Und wenn die zwei Remix-Kollegen wieder zum Wohle des Kunden kooperieren, dann kommen glückliche Kunden heraus. Und das ist unser Ziel.